Der Harz war großartig, fantastische Strecken, also sensationell, Städte wie Goslar, gibt es ja hier auch, noch nie gesehen, wirklich wunderbar. Der Käfer läuft ordentlich, also wir haben einen guten 50er-Schnitt hingekriegt. Und wir haben eine rasende Beifahrerin, die ist super, die steuert mich da ganz schnell durch. Das ist ein super Auto, das ist total schön. Das war wohl auch damals viel zu teuer für die damalige Zeit. Also es war ein ziemliches Luxusauto anscheinend. Ja, aber es ist edel, macht sehr viel Spaß. Das schaffen wir, das wird super jetzt. 19, 20, 21. Das ist herrlich, wunderbar, vor allem fährt er sich ganz toll. Hat Lenkradschaltung und so, alles ganz geschmeidig. Man sitzt sehr bequem. Ja, herz und herz und herz und herz und herz und herz. Und die Interregionalation hat sind es nochmal ver cafajate. Ja, herz und herz und herz und herz und herz und herz. Bis zum nächsten Mal.